The threat will unite them. You will lead them. Jetzt ist es ja eigentlich so wie bei Dragon Age Origins und dann werde ich sagen, dass man dann ab dem Zeitpunkt, wenn wir eine andere Burg sind, vielleicht, das muss man es dann anders machen. Also Kallen. Die Magier sind bereit, sich der Bresse anzunehmen. Ich hoffe, es genügt, um sie zu schließen. Gebt den Magier eine Chance. Ich weiß, es beunruhigt euch, dass die Magier hier sind. Aber gebt ihnen eine Chance, sich zu beweisen. Ich stelle weder ihre Fähigkeiten noch ihre Absichten in Frage. Aber wir dürfen die Risiken einfach nicht ignorieren. Ich werde das Bündnis, das ihr geschmiedet habt, nicht gefährden. Wir brauchen ihre Hilfe. Jegliche Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergreifen, dienen allein der Sicherheit unserer Leute und auch der Magier selbst. Nichts Anderen. Das wäre jetzt erstmal alles. Ich bin mir sicher, ihr habt noch genügend andere Dinge, in die ihr euch kümmern müsst. Wer ist denn was für das zutilliert? Wer wirkt euch. Also, schief? Wenn ich mal gesagt. Ich leuchte Armin, das Log ist zu schön. Die Will Посingle-Mager der Magie anbietert wurde dungeons von Bewegung, die wir nicht zusammengenehmenden kommen werden, Wie auch immer. Ich hoffe, unsere neuen Freunde sind in der Lage, die Brasche zu schließen. Ich kriege schon Kopfschmerzen, wenn ich das verfluchte Ding auch nur ansehe. So, gibt's da noch was? Was liegt an? Okay. Bis später, Bulle. Bis dann. So, das haben wir dann auch alles gemacht. Dann gucken wir mal, was der Herr Blackwell was zu sagen hat. Es war stets klar, dass es keine einfache Lösung für das Magier-Dilemma geben würde. Was ihr für die Magier getan habt, vermutlich. Ihr habt ihnen eine Chance gegeben. Und sie verdienen sie, so wie jeder andere auch. Ja, das stimmt allerdings. Und wir haben einen Pluspunkt von allen Seiten bekommen. So, dann gehen wir mal. Aber ich habe immer noch keine einzigen Sache bekommen. Weil, Brünnen, Schweigen, Prüfung des Turms. Hm, Himmelszeste. Hm. Also, äh... Also, soweit ich das jetzt weiß... Müssen wir mal kurz gucken. Sorry, Leute, dass ich jetzt euch mit... Okay. Wir haben den Erfolg schon... Was haben wir heute? Den dritten, zweiten. Haben wir ihn freigeschalten. Das heißt, jetzt haben wir es natürlich leider den Erfolg so nicht bekommen. Das ist der Erfolg, den ich mit euch gemacht habe. Und ich habe ja auch noch eine weitere Prüfung aufgemacht. Und, ja. Nur, dass ihr das mal kurz wisst. Sorry, dass ich euch jetzt meine Xbox gezeigt habe. Mein Dings. Wollt ich euch noch mal kurz den Erfolg mal kurz zeigen. Alles, was ihr entbehren könnt, hilft dem Verwunden. So, guck mal mal, was das Segret dazu sagt. Ah, ihr seid wach und Lady Cassandras Fangenet kommen. Und ich, Idiot, hab diesem Klingenohr Geld gegeben, damit er mich informiert, sobald ihr frei seid. Egal, egal. Segret, sehr erfreut, euch kennenzulernen. Danke für alles, was ihr getan habt. Und hoffentlich noch tun werdet. Zum Beispiel. Was genau erwartet ihr von mir? Ich habe gehört, wenn jemand dieses verfluchte Ding am Himmel schließen kann, dann seid ihr das. Ihr könnt alles haben, was ihr braucht. Zu einem angemessenen Preis versteht sich. Angesichts der Umstände sind unsere Vorräte begrenzt. Nachforschen, äh, Wochen seid ihr geblieben. Wer bleibt in Zeiten wie diesen in der Stadt, um einen Laden zu betreiben? Jemand, der sonst nirgends hin kann. Diese verfluchten Dämonen haben den Großteil meiner Waren zerstört. Wenn ich bleibe und ein paar Kontakte knüpfe, kann ich von vorne anfangen. Und vielleicht mit viel Glück euren Leuten helfen. Wie ist die Schirmung hier? Ihr kennt vermutlich die meisten Leute hier. Wie geht es Ihnen? Sie hoffen und bangen. Niemand weiß wirklich, was es heißt, wenn eine Inquisition aufmarschiert. Bis jetzt. Ich könnte mir vorstellen, euch geht es Ihnen nicht. Jedenfalls möchte ich nicht in Eurer Haut stecken. Ne, danke. Wiedersehen. Bis später. Passt auf euch auf. Jo, mach ich doch. So, Werik. Haben wir da hinten schon. Die aufständischen Magier schließen sich der Inquisition an. Ich muss zugeben, mit dieser Wendung hatte ich nicht gerechnet. Eine Sache, die ihr in der Zukunft gesehen habt, macht mir Sorgen. Ich meine, es war alles übel. Aber rotes Lyrium in Ferelden, das Leute befällt und aus ihnen herauswächst, das ist schrecklich. Dass es noch mehr von dem Zeug gibt, reißt ein ziemliches Loch in meine Theorie, dass im Tempel nur rein zufällig rotes Lyrium herumlag. Wie schnell verbreitet sich... Wie schnell wächst rotes Lyrium? Wie schnell breitet es sich aus? In Kirkwall wurden die Leute erst nach Jahren infiziert, allerdings hat das Zeug dort niemand gegessen. Dieser Älteste hat es geschafft, das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann, noch schlimmer zu machen. Das ist eine reife Leistung. Wir müssen es zu stören. Wir dürfen nicht ein Stück dieses Lyriums in der Wildnis zurücklassen. Da bin ich ganz eurer Meinung. Ich habe ein paar Leute beauftragt, herauszufinden, woher dieses rote Zeug kommt. Vielleicht sollten wir uns auf diese Frage konzentrieren. Aber jetzt ist erstmal Schluss mit der Schwarzmalerei. Ihr habt gerade einen großen Sieg für die Inquisition errungen. Wie wollt ihr ihn feiern? Mit einem Paket? Gute Frage. Wir sollten feiern. Wie wäre es mit einem Bankett? Was haltet ihr davon? Ein Wort zu Josephine und ich bin sicher, sie kann alles arrangieren. Ich glaube nicht, dass in der nächsten Stunde viel passieren wird. Ihr solltet diesen Moment der Ruhe genießen. Und falls in der Zwischenzeit die Welt untergeht, lässt es uns die Sucherin bestimmt wissen. Jo. Ich glaube auch langsam. So. Ich sage ja nur, was ich gehöre. Ich bringe nur die Becher zurück, Flissa. Danke, dass du uns was zu trinken gebracht hast. Hab ich das doch nicht gemeint? Flissa? Beruhigt euch, Flissa. Woher kennt ihr Liliana? Ihr habt gesagt, Liliana hätte euch gebeten, eine Taverne zu eröffnen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war reiner Zufall. Ich habe früher mal ein Gasthaus in Denerim geführt. Wenn ich interessante Gerüchte hörte, habe ich sie Liliana erzählt. Und einige davon waren wohl ganz nützlich. Als sie mich irgendwann fragte, ob ich gerne meine eigene Taverne hätte, habe ich ja gesagt. Mir war ja nicht klar, dass ich diese hier meinte. Okay. Wiedersehen. Lebt wohl. Wiedersehen. So. Servus. Magier, so weit das Auge reicht. So viele Roben. Ich wette, es gibt in ganz Ferelden keine Vorhänge mehr. Ich bleibe lieber auf der anderen Seite von Haven. Sicher ist sicher. Sie wollen uns helfen. Oder ihr mögt keine Magier? Habt ihr ein Problem mit unseren neuen Verbündeten? Mit Magiern? Ich habe kein Problem mit Magiern. Ein paar von denen sind wirklich in Ordnung. Mein Problem ist die Magie. Würden die Magier die Füße stillhalten, wäre alles Besten. Ich meine, juhu, Freiheit. Schön für Sie, da drüben. Weit weg von mir. Oh je, die Arme, äh, die, die macht ja wirklich. So. Solus. Wir haben also die Magier gewonnen. Grandios. Sie müssten in der Lage sein, die Bresche zu schließen. Seid ihr sicher, dass ihr durch die Zeit gereist seid? Könnte es nicht auch eine Illusion gewesen sein? Ein Trick des Nichts? Was hätte das für einen Sinn? Ihr denkt, Alexius hat eine Illusion seines eigenen Lebens erschaffen, das in Flammen aufgeht? Der Punkt geht an euch. Was für eine bemerkenswerte Gabe. Es ist wichtig, dass die Inquisition siegt, um die Zukunft abzuwenden, die ihr gesehen habt. Hm. Das spielt keine Rolle, oder? Ich finde, es ist entschreckend. So vieles sind gefallen. Noch mehr wurden verdorben. Zu wissen, was passiert und wir scheitern. Das sollten wir nicht. Apropos. Ihr solltet euch bereit machen. Wofür? Diesen Ältesten. Ihr habt seine Pläne nun schon zweimal durchkreuzt. Einmal im Tempel der Heiligen Asche. Und jetzt in Redcliffe. Ein Wesen, das nach Göttlichkeit strebt, wird einen solchen Affront wohl kaum hinnehmen. Das stimmt allerdings. So, wir haben jetzt einen neuen Partner hier in der Gruppe, nämlich Dorien. Die Inquisition unterstützt also freie Magier. Was kommt als nächstes? Elfen die Halam-Shiral leiten? Kühe die Bauern melken? Hältet ihr das für falsch? Sehe ich es richtig, dass ihr das missbildet? Im Gegenteil. Ich befürworte es. Von ganzem Herzen. Ich frage mich, ob ihr bedacht habt, was eure Unterstützung bewirken wird. Für die Magier am Allgemeinen, meine ich. Die Inquisition wird als Autorität erachtet. Ihr gestattet es den Magiern aus dem Süden? Ja, so zu sein wie die Magier in meiner Heimat. Und dann beherrschen sie uns? Oder ist das so schrecklich? Was genau wäre falsch daran? Nichts. Zumindest zu Anfang. Es ist nur so, dass das Reich einst genau wie der Süden war. Templer, richtige Zirkel, all dieser Kram. Doch dann hat es sich verändert. Langsam. Nicht, dass das ein Grund wäre, uns zu unterdrücken. Dennoch sollte die Geschichte meiner Heimat zur Vorsicht mahnen und nicht als Vorbild dienen. Okay. Wart ihr bereits bei Alexius? Habt ihr Alexius schon aufgesucht? Er ist in den Zellen. Nein, noch nicht. Ich habe ihn gesehen, bevor er weggesperrt wurde. Er sah mutlos aus. Gebrochen. Nicht wie der Mann, an den ich mich erinnere oder erinnern will. Ich nehme an, die Inquisition wird ihn letztlich verurteilen. Dennoch frage ich mich, ob vielleicht die Hoffnung besteht, dass sie ihm Gnade gewährt. Er hat es natürlich nicht verdient, aber um Felix' Willen hoffe ich einfach, dass in ihm noch irgendetwas von dem Mann übrig ist, den ich einst kannte. Alles klar. Und doch hin? Wusstet ihr eigentlich, dass wir miteinander verwandt sind, Inquisitor? Verwandt? Oh, wir sind keine Väter im ersten Grad oder so. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid ein Trevelyan und irgendwo in den düstersten Winkeln meines Stammbaums gab es ebenfalls einen Trevelyan. Vielleicht war er ja sogar derjenige, der sich nach Ostwick gewagt hat, um diesen Zweig der Familie zu gründen. Das war natürlich vor ewigen Zeiten. Woher wisst ihr das überhaupt? Und so etwas wisst ihr aus dem Kopf? Natürlich aus dem Kopf. Oder dachtet ihr vielleicht aus dem Bauch? Stammbäume sind in der Winter eine ernste Angelegenheit. Man erhält Unterricht und wird abgefragt von äußerst strengen Kinderfrauen. Ich habe gehört, wie eure Familie erwähnt wurde und musste all meine alten Eselsbrücken durchgehen. Und dann hatte ich es. Ich wusste, es gibt einen Grund, warum wir uns so ähnlich sehen. Ja, gut zu wissen. Man lernt auch jeden Tag etwas Neues. Ja, nicht wahr? Als wäre man in einer gut sortierten Bibliothek. Vorausgesetzt, man ist nicht derjenige, der die Regale auffüllt. Okay, nachforschen. Erzählt mir von euch. Mir ist klar geworden, dass ich kaum etwas über euch weiß. Ihr meint, abgesehen davon, dass ich ein Magier aus Tevinter bin? Ja, abgesehen davon. Und abgesehen davon, dass ich so charmant und gut gekleidet bin? Was natürlich für jeden offensichtlich ist. Wenn ihr meint. Ihr habt auf jeden Fall eine hohe Meinung von euch. Das ist wahr. Ich könnte sicherlich bescheidener sein. Aber dann würde ich lügen. Also, worüber hatte ich gerade gesprochen? Ach ja, über mich. Ich bin der Spross des Hauses Parvis. Das Ergebnis ganzer Generationen sorgfältigster Züchtung und der Quell all seiner Hoffnungen und Träume. Natürlich habe ich das alles verachtet. Die Lügen, die Intrigen, die Illusion von Überlegenheit. Das ist die Essenz Tevinters, nicht wahr? Unnötig zu sagen, dass meine Familie über meine Entscheidungen nicht gerade glücklich war. Eure Familie ist verärgert? Warum sollte eure Familie über eure Entscheidungen verärgert sein? Weil ich ihre großen Pläne durchkreuzt habe. Wäre es nach ihnen gegangen, wäre ich inzwischen mit irgendeinem bedauernswerten Mädchen aus einer mächtigen Familie verheiratet. Wir würden in feudaler Verzweiflung leben und einander verachten, während ich darauf wartete, den Platz meines Vaters im Magisterium einzunehmen. Ich habe diese Ehre abgelehnt, weshalb es auch das Beste ist, dass ich weit von zu Hause weg bin. So gibt es weniger Peinlichkeiten, versteht ihr? Ihr mögt der Winter nicht? Ich habe den Eindruck, ihr mögt euer Heimatland nicht sonderlich. Im Gegenteil. Ich mag mein Heimatland sogar sehr. Es hat ein unglaubliches Potenzial. Doch bedauerlicherweise vergeuden wir es. Wir weigern uns zu erkennen, wie tief wir gefallen sind, weil es leichter ist, sich etwas vorzugaukeln. Wir gaukeln uns vor, die Kunari könnten besiegt werden. Wir gaukeln uns vor, wir wären allen anderen überlegen, selbst unserem eigenen Volk. Nicht alle empfinden so. Ich tue es nicht. Doch leider sind wir die Minderheit. Aber warum mögt ihr es? Es ist nur... So vieles, was ihr über das Reich sagt, wirkt gänzlich negativ. Es mag vielleicht so klingen, aber trotz all unserer Fehler besitzt mein Volk auch zahlreiche Tugenden. Wir sind enorm reich an Geschichte und Kultur. Vergesst nicht, dass es Tevinter ist, wo Thedas wahrhaftig begann. Wir schätzen unsere Vergangenheit und bewahren sie. Es gibt Nebenstraßen, in denen man nichts findet, das in modernen Zeitaltern erbaut wurde. Und entgegen dem Anschein haben wir auch Empfindungen. Tiefe Empfindungen. Für alles. Wir halten uns nicht zurück, weder im Krieg noch in der Liebe. Wenn ich tatsächlich der Meinung wäre, es gäbe für meine Heimat keinerlei Hoffnung mehr, würde ich sie nicht so sehr vermissen. Hm, okay. Warum geht ihr nicht zurück? Wieso bleibt ihr dann bei der Inquisition, anstatt nach dir Winter zurückzukehren? Ich bin zu Hause nicht unbedingt willkommen. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde. Ich bin daran gewöhnt, ein Ausgestoßener zu sein. Es ist Teil meines Charmes. Ich kann mehr für Tevinter tun, wenn ich hier bin. Wenn die Venatori Erfolg haben, läuft das mein Heimatland um tausend Jahre zurück. Ich bin mir sicher, einige Magister würden das anders sehen. Aber darum vernichten wir sie ja. Sorgfältigste Züchtung. Was meintet ihr mit Generationen sorgfältigste Züchten? Die bedeutenden Familien Tevinters bekommen nicht einfach Kinder. Sie veredeln Eigenschaften, roten die Unerwünschten aus und fördern den Rest. Meine Mutter wurde für meinen Vater ausgewählt, weil die Magie in ihrem Blut stark ist. Dass sie einander gehasst haben, war unerheblich. Sie wollten einen Sohn, der Archon werden könnte und dem Haus Paves den Neid des gesamten Reiches einbrächte. Und wen haben sie bekommen? Mich. Eine Geschichte, die einen lehrt, dass man mit seinen Wünschen vorsichtig sein sollte. Das genügt vorerst. Ich glaube, ich habe genug gehört. Wie bedauerlich. Ich werde niemals müde, über mich selbst zu sprechen. Erzählt mir vom Reich. Ich möchte euch etwas über Tevinter fragen. Nun, es ist schon erstaunlich, wie fasziniert jedermann außerhalb des Reiches davon ist. Vielleicht erfinden sie ja deshalb so viele lächerliche Geschichten. Fliegende Kühe über Minrathas? So ein Unze. Na schön, diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Allerdings hatten die Kühe keine Flügel. Aber ich schweife ab. Gibt es etwas Bestimmtes, das ihr wissen wollt? Nachforschen. Ähm. Was ist mit der Skaverei? Jeder, der über das Reich spricht, erwähnt auch die Sklaverei. Es ist das Zentrum des Sklavenhandels. Ähm. Das ist wahr. Und? Hattet ihr Sklaven? Ich nicht, aber meine Familie und sie behandelt sie gut. Um ehrlich zu sein, habe ich nie viel darüber nachgedacht, bevor ich in den Süden kam. In meiner Heimat ist es... Naja, wie... Sklaven sind überall. Man hinterfragt es nicht. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob viele Sklaven es tun. Äh. Wollt ihr sagen, sie mögen es? Ihr denkt, es gefällt den Sklaven? Macht euch nicht lächerlich. Ich habe nicht gesagt, dass es ihnen gefällt. Die meisten von ihnen kennen nur nichts anderes. Ihr im Süden habt Gesindeviertel, Elendsviertel. Sowohl der Menschen als auch der Elfen. Und es gibt keinen Ausweg für die Verzweifelten. In meiner Heimat kann sich ein armer selbst verkaufen. Als Sklave könnt ihr eine angesehene Stellung haben und sogar eine Familie ernähren. Manche Sklaven werden schlecht behandelt, das stimmt. Aber denkt ihr wirklich, Armut ohne jegliche Hoffnung auf einen Ausweg wäre besser? Vermutlich nicht. Ich schätze nicht, nein. Es stimmt. Ich weiß nicht, wie es ist, ein Sklave zu sein. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich gesehen habe, wie anders es hier ist. Und ich nehme an, dass auch ihr es nicht wisst. Und ihr solltet nicht glauben, dass die Geschichten über die Unmäßigkeit gewinnt, dass die Regeln dünnen. Okay, nachforschen. Äh, ist die Blutmagie...